Sie sind hier, 3. Dezember 2018, 19.25 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten, das London-Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur wird von einem Bananenwurf auf Pierre-Marie Aubameyang überschattet. Ein Fan wird festgenommen. Nach dem Wurf einer Bananenschale in Richtung des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs Pierre-Marie Aubameyang ist ein Fan der Tottenham Hotspur festgenommen worden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der Vorfall hatte sich beim spektakulären Londoner Derby ereignet, das der FC Arsenal am Sonntag mit 4 zu 2 gewann. Anzeige der ZN gratis testen und internationalen Fußball live Der frühere Dortmunder Aubameyang hatte seinen ersten von insgesamt zwei Treffern zur 1 zu 0 Führung direkt vor der Gästekurve gefeiert und war von den Spurs-Fans daraufhin mit mehreren Gegenständen beworfen worden. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017